So, dann rennen wir mal los. Dann rennen wir mal los. Aber besser, wir warten drauf, dass wir losrennen können. So, dann schauen wir mal, ob wir noch einen Flächenzauber, ja, können wir noch. Sehr gut. Gut. So, und dann hauen wir mal alle hier drauf, egal. Auch. Okay. Und auch. Under Control. Ähm. So. Hoffen wir mal das Beste, ne? Normalerweise sind die ja nicht so schwer. Es ist ja nur die Anzahl. Und man weiß nicht, was... Man weiß natürlich nicht... Was die so von sich sprühen. Das hat uns ja bis jetzt immer verfehlt. Das ist zwar jetzt nicht sehr rollenspielgerecht, aber wir müssen schon wieder mal rasten. Und zwar rasten wir in diese Suppe hier. Leider. Und die Grube... Wacht plötzlich auf. Und sieht sich von Wolfspinnen umrundet. Das müsste schaffbar sein, ne? So, dann mach mal eine Schallwelle raus, oder? Kannst du noch mal? Mach mal ein Feuerball. Sehr gut. Zack. Denn wir müssen ja dann beide rasten. Ähm. Ja, ihr anderen haut alle drauf, was das Zeugs hält, ne? Ah, dieser Sieche macht mich wahr. Der ist auch noch versiegt. Ja. Geht gar nicht so schnell weg hier. Die Sieche ist... Echt... Übel. Wirklich übel. Und die Grube kann gar nicht richtig schlafen. Besonders Fenriske ist in dieser Nacht schlecht. Sie schlafen in einem Brei. Nur, um geschützt zu sein. Übel. Irritiert. Alles Mögliche. Tjong-Yong. Nicht schön. Zur Zeit ist das hier nicht schön. Wenn Fenris aufsteigt, müssen wir unbedingt diesen Sieche zaubern. Let the combat commence. Ah, wie viel denn noch von den Viechern? So, stehen wir genau dazwischen? Oh, eigentlich ganz gut. So, du. Kannst du noch einen Energiestoß? Sehr gut. Aus der Range. Ja, die kommen schon in Range. Die kommen schon in Range. Oder natürlich, kann es sein, dass die gar nicht kommen. Das wissen wir ja nicht. Schutzengel. Gotcha. Zack. Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist nicht schön. Ah, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Obwohl vier Schleim. In der Stufe. Ich gehe nicht gerne hin. Ich gehe nicht gerne hin. Ich würde lieber hier bleiben. Viel lieber würde ich hier bleiben. Hier stehen wir nämlich gut. Aber wir schießen. Wir schießen. Schießen ist nicht gut. Müssen wir rennen. Oh, dann natürlich. Oh. Ja, doch. Das ist normal, wie es ist. So. Du haust klar, was du raushaust. Das ist ganz klar. So, ihr geht alle auf den hier. Und du auch. Du auch. Du machst wieder einen Schutzengel. Mal prophylaktisch. Und ihr Siechen denn da vorne? Versuch nicht. So, nee. Hey, du sollst auch hier drauf. Alla Garnett. Prophylaktisch. Hm. Hm. Gut. Jetzt machen wir gleich noch einen hinterher. Der war gar nicht so schlecht. So, auf den nächsten... Hier? So. Ach so, halt. Hier sind wir wieder hier drauf. Bitte hier auf den in der Mitte. Hm. Na ja, braucht schon noch ein bisschen, ne? Wäre nicht schlecht, wenn unsere Fenris mal wieder aufsteigt. Na, dann könnten wir ihr was geben. Die Schleim, die sehen jetzt gar nicht mehr so grün aus, oder was denke ich? Weil wir wollten wirklich nur zu dem einen in einem Fuß. Jetzt ist der schon wieder... Ich weiß nicht, ich heil den mal. Ist vielleicht diesmal besser. So. Du. Schallwelle. Sehr gut. Und ihr könnt euch aus. Bitte treffen. Auch wenn du siech bist, treffen. Die Devise lautet, die Devise. Besonders für Gadwin. Warum so? Warum schallt ihr denn überhaupt? Warum schallt ihr das aus? Das zeigt doch Schutzengel Ich wollte doch eigentlich heilen So, heilen mal So, ihr haut weiter hier drauf 13 Du hast 34 Ähm So Die treffen wir ja hier nicht Dummerweise, hätte ich ja hier drauf gemacht Oder wenn es da treffen Dann ist das nicht der Rede wert 4 2 2 1 Dann halte ich mal bitte selbst Du könntest nochmal eine Schallwelle raushauen Die kommt ab und zu ganz gut Ja und jetzt hau doch mal jetzt Das ist metallischer Schleim Genau Jetzt wo ich es so sehe Deswegen ist er nicht grün Deswegen ist er nicht grün Oh, jetzt der geht Der hat die Nase voll Was haben wir noch? 3 Fenris wirkt ein bisschen hilflos Wirk es hinab, Fenris Wirk es einfach hinab 3 3 Wenn sie wohl schaffen Obwohl Obwohl, ne? Sehr gut Sehr gut Das ist Das meine ich mir Obwohl Das heißt, wir müssen uns mal wieder uns überbewegen Genau Ansonsten geht er wieder Go nix Komm ja nicht her Ach, der will uns von da hinten Wo ist es her ein schlaues Bürschchen? Fenris geht's go nix gut Understood Immer auf Fenris So, dann gehen wir mal ein bisschen hin So, jetzt wäre der dran Na, ach, das fängt Das ist das hinzu, ne? Die Schläge Da gehe ich ja mit Ach komm Der hat nur noch drei Achso Ne, das ist nicht Was bleibt denn noch? Zwei Und der Zwanzig Sehr gut Sehr gut Okay Los So, jetzt müssen wir uns wieder bewegen Zack Können wir schon wieder rasten, ne? Wir wollten nur in den Klostergarten Bewegen Understood Wir wollten nur in den Klostergarten Das war alles, was wir wollten Nicht mehr Und nicht weniger Ah, Gott Very well Ah, Gott Ah, Gott An extraordinary triumph Ah, Gott My aptitude increases I'd rather be recognized with cash But A rising status will do Na gut So So So, unser Samurai Falsch geklickt Jetzt nochmal Schnelligkeit Beeinflusste Initiative Die müssten jetzt erstmal Alle irgendwie ein bisschen Schnelligkeit Nächster Beruf Ich will keinen nächsten Beruf So Also Wir hauen jetzt mal die Schnelligkeit Um drei hoch Alle Nicht gern Aber Ich mach's jetzt mal Puh Ja, nimm halt noch Was weiß ich Licht Frost Keine Ahnung Mach Licht Mach einfach Licht Du kannst doch eh Kein Wasser Mach hier Genau So Schwert nach oben Bogen mal ein Nach oben Weil ich den auch öfter mal benutzt Geh mal im Nahkampf Wolke im Nahkampf Jetzt gehen wir dich mal im Nahkampf hoch So Wollen wir mal schauen Ob das was bringt Du 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 Geh mal Einen Schnelligkeit Geh mal Zwei In Vitalität Intelligenz Ja Und noch eins In Geschicklichkeit Garnerei geht nach oben Ausweichen Ja Geht auch nach oben Bogen Okay Das war's jetzt erstmal Wir müssen schon wieder rasten Sag mal Was haben wir jetzt schon wieder Wir laufen doch schon wieder falsch Wir laufen doch schon wieder falsch Wir laufen doch schon wieder falsch Ähm Dann Aber jetzt können wir wieder falsch laufen Jetzt können wir wieder so was von falsch laufen Nein Jetzt rennen wir Fort Wie viel sind denn das hier Die machen wir wahnsinnig Die machen wir wahnsinnig Grieß Schneide ich raus Übrigens Sechs Das tue ich euch jetzt nicht an Ne Das tue ich euch jetzt wirklich nicht an Also den Kampf schneide ich euch jetzt raus Den nehme ich jetzt auch nicht mal auf Weil Auch meine Festplatte ist jetzt So gut wie voll Äh Falls ich jetzt drauf gehen sollte Dann haben wir eben weggekommen Ne Das ist einfach Das ist für euch dann auch nicht mehr Interessant zum Anschauen Okay So Wir sehen uns dann wieder Wenn dieser Kampf Vorbei ist Wir sehen uns dann wieder